heute leute herzlich willkommen zu einer kleinen runde robo quest hier guck mal wie weit war diesmal kommen und auf geht's erstmal ja so schöne waffe absnacken tomahawk ne quasar mp und müssen wo muss ich auch mal durchprobieren so ihr kennt das spiel wir müssen alles irgendwie bin ich nicht zufrieden sehr wenig range naja jetzt habe ich ja oben ist auch da ist noch hier hinten gibt's upgrades jetzt nicht den schlechtesten schaden macht auch keinen schlechten schaden aber den muss halt am besten aufladen robot so schwierig ja was nehmen wir arktisches gelingen freund erhüllt schaden durch reparatur 25 und 50 flinte weg mit euch ist ja noch einer kommt der näher dafür kann ich mal den bogen weg ach vorteil ach guck mal da rechts läuft auch eine zeit lang dabei weil ach um es anzukriegen kann ja das hat sich zuerst gemacht was ist jetzt hier mit diesem weil ich habe ja diesen schlüssel warte auf deinem robot ja wir können hier reingehen aber erst mal was ich brauche also ich habe auch noch nicht geguckt und teigkanon oder das hat stellt deine lp ganz wieder her ich habe volle ep wenn man nicht ja kann man hier so eine schlüsseltür ja ich weiß wo und andere gebiete und gucken dann anschauen Die gucken hier ein Explosionsding. Nice. Weiter, weiter, weiter. Komm mal reinballern. Verlebt ja noch was. Ja, da war noch einer. Minenwerfer. Ich danke, ich verzichte. Das Nachladetempo. Aktivierungsschild auf die ersten. Ne, warte mal, gehen wir weiter. Ja, ich bin natürlich schön in die falsche Richtung gerannt. Sehr gut. Immer von Vorteil. Kann weniger Schaden, wenn man nicht kennt. Problem ist, dass ich dann aber trotzdem die Hälfte an Schaden kriege. Wenn ich dich wiederbeleben muss, weil du alles alleine gemacht hast. Das ist richtig. Erstmal einen A1 kriegt. Wir werden anscheinend besser. Ja. Wär schon mal was Schönes. Oh, warte, ich bin da. Bienenkanone. Ja. Ach, die kann ich kaufen für vier, äh. Mit für Dingens. Äh, für vier Energiezellen. Okay. Dem kann ich einfach eine Energiezelle geben. Ich weiß nicht warum, ich mach das einfach mal. Was du dann? Hier ist ein Typ, dem kann ich eine Energiezelle geben. Hatten ein Achievement mehr gegeben. Ähm. Und Doppel-U-Ziehst-Torpedo-Gewehr. Äh. 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 Ich nehme ein Torpedo-Gewehr und dann kriegt der hier auch noch eine Energiezelle. Mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Manchmal gibt das ja hier Bonus-Kram. Ach, hier oben liegt so ein Datenblock. Da ist drei Schraubenschlüsse natürlich. Ah. Ah. Jetzt find ich nix. Hier denn. Oder jetzt. Oh. Torpedo-Gewehr. Nice. Au. Ich noch nicht, nice. Die Wunde. Was bist du denn? Zack. Oh. Action, Welle, whatever. Ach, jetzt kommen wir da hier so komische. Alles wird auf. Oh. Das ist gespannt. Ich bin nicht. Ich bin nicht so zufrieden, wie ich sein könnte. Muss ich zugeben. Oh. Also die Kombos eigentlich gar nicht mal schlechte ich. Wie lief man sich ist da ganz nice. ich konnte echt viel draufballern so eine Tür offen das ist hier ein Drachenmörder das sieht geil ich will meinen anderen Raketen raus ne jetzt sind wir hier gekommen bim, bim, bim geht mir euch oi, kena hm, wir haben noch einmal wöch 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 wö in ein anderer ja keine ahnung aber du hast den ding spot getriggert egal jetzt kommen wir auf jeden fall in grünes gebiet ich weiß nicht was der orangenen gebiet mir sagt keine ahnung aber wir sollten ein neuer vorteil hier ist ein protokoll noch mal noch mal da oben sechs energiezahlen und ich nicht okay ok ja wie man es los ja da unten ist ein teil wird man angreifen kann haben sie keine schilder mehr Mcpain hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Dennis gemacht Uiuiuiuiui nicht leicht ich kann gar nicht gucken ich bin hart am marsch ja das war jetzt nicht ganz so gut für mich die runde ich kann gar nicht auf mich nicht auf mich gebt mir mehrere perplexe in die augen ballern noch 47 leufe ja gibt hier vorher schutz von oben oh scheiße tu ich doch nicht was ist denn hier los ich bin über die schiene hochgegangen aber sind nur noch 15 sekunden über die links irgendwie war eine schiene die hochgeführt hat ja dann auf zum zu lila tür oh gott zündpistole 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 erst mal auf den schreck erst mal einlampfen neues upgrade erhöhte effizienz von reparaturzielen und repair bot um 15 pro jahr nämlich gerne können wir hier kaufen also für sechs ich habe keine sechs auf sammelreichwertung 35 prozent erhöht ja einfach ja wird jetzt wieder die uns gibt ja wir können ja sein vielleicht wird hier trotzdem noch mal ja ich glaube diese daten protokolle der menschen schristen hat es dann körper hier und nein hier ist es okay dann soll ich feste positionen einmal finden dann auf geht's ja weiter geht die du zieh Wow. Jetzt guckst du einmal hier raus, ey, da kommst du von allen Seiten direkt, ey. Na komm, hier. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ah fuck, das dreckst viel mich an, ey. oh oh ab du takvi oh hat's mich gelegt ist kurz ein bisschen ab hier ein sammeln bevor ich die belebe gehe ich noch ganz viele gegner was die habe ich nicht gesehen die habe ich nicht gesehen lass mich durch und wenn er einmal so globes ja das ist das ist echt böse oh gott das ding du machst das schon das sieht sehr professionell aus von meiner stelle ja aber wir müssen glaube ich beide da durch das hilft alle nicht kann das ding überhaupt nicht aufmachen scheiße jetzt noch ein bisschen gucken doppelsprung nochmal auf dem welches kommt ouch kosmowaffe ist auch cool nur noch 5 29 hp ich gehe schon mal in die andere richtung das das ist das 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 ja gut alles was ich gesammelt habe wieder weg weil das schild ausgegangen ist scheiße leben wird leben auch nicht so lange leben ja das machte alles dann noch stressiger rein kommen wir zu den blunder pass haben als schlüssel noch nicht haben noch nicht viel tun ach so und dahinter ist der heilbot super wieso ich bin ja sie durften mich nicht bewegen weil mich irgendwann festgehalten hat musste erst mal schneiden so ein level ab genau die maximale batterie elementar schon ehrlich ich gehe mit wem als achten lp sofort erhöht den schaden von explosion nein ich habe auch elementar schaden zwei mal rein Oh, das war wenigstens. Ah, ich fang fest. Scheiße. Oh, ich fang fest. 20 Plüsse. Ich hab 17. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Was probieren. Alter, mal noch einen Schaden. Oh. Okay. Nug out. Ja, das war dann. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, eine neue Folge RoboQuest. Wir versuchen mal ein bisschen weiter zu kommen. Sie haben ihr Bestes gegeben. Oder sie waren im Rahmen ihrer Möglichkeiten stets bemüht. Dementsprechend einen schönen Tag noch. Bis demnächst. Ciao. Ciao.